Loser, 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 loser! Mich freut es persönlich, einen alten Weggefährten in Hartzberg begrüßen zu können. Mandy, wenn du dich kurz für die Fans vorstellst. Hallo, ich bin Manfred Fischer, bin 21 Jahre alt, habe jetzt zwei Jahre lang beim SC Wiener Neustadt gespielt und freue mich unheimlich jetzt auf die Zeit in Hartzberg. Was sind deine Ziele mit Hartzberg und deine persönlichen Ziele? Also meine persönlichen Ziele schauen so aus, ich will mich so gut wie möglich präsentieren und in jeder Form weiterentwickeln und schauen, dass ich der Mannschaft helfen kann. Wie viel kann dir dabei die Bundesliga-Erfahrung, die du über Wien in Neustadt gesammelt hast, helfen? Ja, ich glaube schon sehr, weil in zwei Jahren habe ich jetzt 65 Spiele gemacht, ich glaube das ist nicht so wenig und ich glaube, dass ich der Mannschaft damit schon helfen kann. Wie bist du in der Mannschaft aufgenommen worden und wie ist die Stimmung, das Klima? Stimmung super, wir freuen uns jetzt alle schon, wenn es endlich losgehen kann und die Mannschaft ist auch vom Charakter her top. Perfekt, danke, alles Gute. Bitte. Mich persönlich freut es sehr, einen alten Weggefährten in Hartberg begrüßen zu können. Sven, wenn du dich kurz vorstellst. Hallo, ich bin der Sprangler Sven, komme aus Birkfeld, war früher sogar da in Hartberg beim Fußballcamp und freut mich jetzt, dass ich bei dem Verein bin. Was sind deine Ziele? Meine Ziele, jetzt einmal für die Saison einmal, dass ich viel Spiele kriege, mein ganzes Selbstvertrauen wieder zurückhole und ich hoffe halt, dass ich der Mannschaft ein bisschen helfen kann. Da wird auch deine Erfahrung bei Madersburg in der Bundesliga sicherlich von Vorteil sein. Ja, weiß ich nicht, hoffentlich halt. Da sind ein paar Hartbergspielen auch viele erfahrene Spieler. Ich kenne auch viele von früher und ja, ich glaube, dass wir eine gute Saison spielen werden. Wie ist die Stimmung im Team? Super, also ich bin gleich am ersten Tag, bin gleich für jeden aufgenommen geworden, also kommt mir so vor, am ersten Tag, als war er die schon zwei Jahre da, die Stimmung, wir haben viel Spaß, beim Training sind alle gut konsequent, beim Training und ja, die Spiele waren jetzt auch, die Ergebnisse waren auch jetzt richtig gut. Freimann schafft es nächste Woche auf unser erstes Pflichtspiel, schauen wir, was da rauskommt und daran weiterarbeiten, ja. Perfekt, danke, alles Gute. Max Mayer, herzlich willkommen in Hartzberg, wenn du dich für die Fans kurz vorstellst. Ja, hallo, ich bin der Max Mayer, ich komme ursprünglich aus Niederösterreich, gespielt habe jetzt vier Jahre in Salzburg in der Akademie von Red Bull und zuletzt eineinhalb Jahre beim FC Liefering. Wie war das Erlebnis Youth League? Ja, war quasi ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist für uns alle, es ist ein Champions League-Titel, aber es war ein einmaliges Erlebnis, das man sicherlich nicht vergessen wird. Was sind jetzt deine persönlichen Ziele mit Hartzberg? Ja, persönlich auf jeden Fall, dass ich sehr viel spielen möchte, dass ich viele Einsätze sammeln möchte und dass wir dann als Team gute Leistungen zeigen und dann auch erfolgreich sind, natürlich. Danke, alles Gute. Marcel Holzer, herzlich willkommen in Hartzberg. Hallo. Wenn du dich mal kurz vorstellst für die Fans. Also ich bin der Marcel Holzer, bin 18 Jahre alt und bin Stürmer. Du kommst vom BRC, hast viele Teure geschossen und hast quasi die Amateure in die Regionalliga geschossen. Ja, das stimmt, ja. Was sind jetzt deine Ziele mit Hartzberg und deine persönlichen Ziele? Ja, also auf jeden Fall einmal, dass wir probieren vorne mitspielen, dass ich selber viele Teure mache und viel spiele. Und ja, das sind eigentlich meine Ziele mit Hartzberg und für mich selber. Perfekt, danke. Vielen Dank.